Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Miniserie Ein neuer Sommer. Das ist eine Verfilmung eines anscheinend sehr bekannten Buches. Ich habe es nicht gelesen, aber vielleicht hat Theresia es ja getan. Hallo, Theresia. Hallo, du. Und nein, ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich habe es auch erst bei der Recherche erfahren, dass es ein Buch ist. Okay, dann sind wir ja ungefähr auf einem Level, was auch bei uns gleich ist. Wir haben die Serie, die aus laut meiner Information sechs Episoden besteht, nicht komplett gesehen. Wir haben uns nur die ersten beiden Folgen angeguckt, um euch jetzt hier einen Ersteindruck zu verschaffen, ob die Serie vielleicht geeignet ist. Ich kann aber so viel sagen, wenn sie jetzt am Donnerstag, also am 5. September erscheint. Ich werde, glaube ich, weiterschauen. Das, glaube ich, kann ich hier schon mal sagen. Wie ist es bei dir? Also ich würde es auch weiterschauen. Also ich hätte es auch gern jetzt noch irgendwie so eine Folge oder so mehr gesehen, aber leider auch aus Zeitgründen nicht mehr geschafft. Aber ja, sie hat mein Interesse geweckt und ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Man muss ja auch sagen, dass die Serie auch noch was anderes auf der Haben-Seite hat, nämlich einen, wie ich finde, durchaus prominenten Cast. Also vorderan natürlich Nicole Kidman, wir haben Liv Schreiber, Dakota Fanning, wir haben Jack Rayner, den kennt man vielleicht aus Midsommar und ganz viele Gesichter, wo ich ehrlich sagen muss, ich weiß den Namen nicht, aber das Gesicht habe ich schon mehr als einmal gesehen. Ging es dir da ähnlich? Das ging mir auch so. Also bei dem einen Deputy, den kannte ich irgendwie noch. Also ich habe ganz früher, ich weiß gar nicht, wie alt das die Serie ist, da gab es mal eine Science-Fiction-Serie, die hieß Seven Days, wo immer jemand sieben Tage in die Vergangenheit gereist ist. Da hat der auf alle Fälle auch mitgespielt. Und vor allem ist das so jemand, der wirkt dir auch gleich irgendwie sympathisch, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also das war so ein Ermittler, wo ich direkt wusste, okay, bei dem bin ich sofort dabei, um zu gucken, wie weit der ermittelt. Und ich habe seinen Namen jetzt auch kurz recherchieren können. Der Wertemann heißt Michael Beach. Nee, den meinte ich nicht. Okay, gut. Dann sind wir genau dort, wo wir nicht sein wollten, nämlich, dass wir einander vorbeigeredet haben. Egal. Nee, ich meinte den Deputy, der ihr dann den Donut angeboten hat und der Schauspieler heißt Nick Surgey. Nee, Nick Surgey, genau. Das andere ist, der Michael Beach-Rolle, der ist, glaube ich, noch ein Rang über ihn bei der Polizei, glaube ich. Ja gut, ich kenne mich da nicht so richtig aus. Womit ich mich aber mal auskenne, ist mit Krimis und gerade wenn es im Serienbereich gibt, da gibt es wirklich Mannigfaltige. Das Schöne bei Ein neuer Sommer ist, es ist halt eine Miniserie, das heißt nach sechs Folgen ist das abgeschlossen. Und ich muss sagen, ich mag halt so Houdanets total gerne, aber ich mag es nicht, wenn die so langgezogen sind. Das ist zum Beispiel einer dieser Gründe, warum ich nie so richtig mit Only Murders in the Building warm geworden bin und dann wirklich mehr so mit Houdanets Film meinen Spaß habe. Aber ich könnte mir vorstellen, bei so einer Miniserie wie dieser jetzt hier, die auch nur sechs Folgen, knapp 60 Minuten pro Folge hat, komme ich damit besser zurecht. Wie geht es dir da? Ja, ich mag solche Serien auch. Es erinnert mich ja so an das Mayor of Easttown oder The Undoing. Nee, ich mag solche Serien, weil sie sind dann trotzdem spannend, aber du weißt ja, es hat ein Ende und es wird nicht noch dann in der letzten Folge wieder irgendwie ein Cliffhanger gemacht und so die Ausschau auf weitere Staffeln und so weiter. Also ich finde das immer ganz gut, weil es muss nicht immer in die Länge gezogen werden. Es darf einfach auch mal sechs oder acht Folgen eine Serie sein, die gut ist und die man empfehlen kann und muss dann nicht noch irgendwie dann zehn Staffeln dran klatschen. Auch noch interessant ist die Serie wegen einem anderen Grund, nämlich wegen der Regisseurin, die das inszeniert hat, nämlich die Dänen Susanne Bier. Die hat tatsächlich, da meine ich sogar einen Oscar mal bekommen für einen ihrer Werke, macht aber seit längerer Zeit wirklich auch viele Serien. Also sie hat das eben von dir erwähnte Undoing hat sie gemacht und dann hat sie Bird Box Barcelona hat sie gemacht. Sie hat den ersten Bird Box hat sie gemacht und The Night Manager. Ah, die habe ich auch gesehen, die war auch gut. Die habe ich nicht gesehen, aber die steht auch noch auf meiner sehr, sehr langen Liste. Das ist auch heute so eine Serie, die halt nur ein paar Folgen hat. Fand ich auch gut. Wo die Serie sich, sage ich mal, ich will nicht sagen, dass sie feige ist, aber ich finde, dass die, ja dort wo sie spielt und wer da so mitspielt, die Rollen, die Figuren, das ist hingegen schon relativ, ich möchte fast schon sagen Standard. Denn wir sind natürlich bei einer reichen Familie, denn arme Familien, die bringen sich ja nicht gegenseitig um, wo kommen wir denn da hin? Und das Ganze spielt ja vor einer Hochzeit. Ähm, es soll heiraten, äh, Amelia, gespielt von Eve Hüssen, die halt eben in eine sehr reiche Familie einheiratet und deren, ja ich möchte sagen, Vorsitzende sind halt eben Greer und Tag, gespielt von Nicole Kidman und Leif Schreiber. Und gleich so die ersten zwei, drei Minuten, finde ich, macht die Serie dir klar, was du in den nächsten Folgen zu erwarten hast. Es sieht alles sehr gut aus, alle sind reich, Geld spielt überhaupt keine Rolle, ähm, dieses, dieses Abendessen am Vortag der Hochzeit ist so groß, da, also das, ich dachte zuerst, das ist die eigentliche Hochzeit. Das war der Polterabend. Wir haben erst zwei, ja, genau, wir haben erst, wir haben erst zwei Folgen geguckt, aber ich frage mich halt, ob die Serie das so unkommentiert stehen lässt oder ob sie schon so ein bisschen harsch wird und auch vielleicht ein bisschen gehässig und vielleicht sich auch so ein bisschen über diese Gesellschaft lustig macht und auch so ein bisschen die Nase rüffelt. Weil noch wirkt es in den ersten zwei Folgen mehr wie, ja so ein bisschen eine Seifenoper, also dass man in dieser, in diesem Luxus badet, ohne ihn wirklich zu hinterfragen. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich habe mir am Anfang gedacht, das sind halt so die, die klassischen Abziehbilder von, von solchen Geschichten. Armes Mädchen heiratet in reiche Familie ein, die Familie ist zwar oberflächlich immer ganz nett und lacht und grinst, aber im Grunde denken sie sich alle, du passt hier nicht hin oder du gehörst hier nicht hin, du störst. Es war halt sehr schnell klar, jeder hat da irgendwie seine vordefinierte Rolle, also auch, also er hat ja noch einen älteren Bruder, der schon verheiratet ist und noch einen jüngeren Bruder und die haben alle so dieses, würde ich mal sagen, so eine typische klischeehafte Rolle, was mich jetzt am, was mir aufgefallen ist, aber mich jetzt nicht komplett gestört hat, aber, ja wie soll ich sagen, ist halt irgendwie so Standard. Ich bin jetzt halt schon auch gespannt, wie es eben jetzt noch weitergeht, also es wird halt auch klar, nach den ersten zehn Minuten, kannst du irgendwie so Strichliste führen, ah, okay, der hat das Geheimnis und der hat die Affäre und der hat das Problem und so, also es wird halt sehr viel in die ersten, in die ersten paar Minuten halt gepackt oder in die erste Folge gepackt. War es aber jetzt keinen überrascht, dass es dieses oder jenes Geheimnis gibt? Also ich muss auch sagen, in den ersten zwei Folgen ist so dieses, wenn es mal so ein Geheimnis an die Oberfläche kommt, nicht so, dass ich mir dachte, wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich habe mehr darauf gewartet, dass es endlich enthüllt wird, aber wie gesagt, das ist hier nur ein Ersteindruck, keine, keine wirkliche Besprechung in der ganzen Serie, ich finde aber in den ersten zwei Folgen macht es ihnen einen guten Job, wenn es darum geht, so alles vorzubereiten und ich könnte mir vorstellen, dass spätestens in der dritten oder vierten Folge dann vielleicht endlich auch mal ein Geheimnis offenbart wird, wo ich dann sage, okay, das hätte ich nicht gewartet. Was mir in der ersten Folge gefallen hat, ist, also man erfährt ja quasi, also es ist an dem einen Abend der Polterabend, am nächsten Tag soll die Hochzeit sein und in der Nacht quasi von einem auf den anderen Tag wird jemand ermordet und es dauert relativ lange, bis du irgendwie mitkriegst, wer der oder die Ermordete ist. Also du siehst dann immer ein paar Leute, die verhört werden und gehst so durch, okay, wen habe ich allen kennengelernt und wer fehlt jetzt hier irgendwie und man rätselt in der ersten Folge, finde ich, mit, wer das Opfer ist und das fand ich irgendwie ganz, ganz gut. Ja, stimmt, also das war auch mal ein bisschen was anderes, dass du erstmal wirklich rätseln musst, okay, wer ist jetzt das Opfer, wer ist vielleicht der oder die, die da tot am Strand angespült wird. Ich hatte ja sogar eine Zeit lang so die Vermutung, okay, das könnte vielleicht so eine Serie sein, die mit so großen Stars halt protzt, aber vielleicht ist es dann auch einer der großen Stars, der oder die dann am Ende dann tot am Strand liegt. Ich möchte jetzt hier nicht verraten, wer das Opfer ist, aber ich kann so viel sagen, wenn ihr es wegen Nicole Kidman schaut, habt keine Angst, ihre Rolle ist recht groß. Ich muss aber auch sagen, wenn es jetzt um Starpower geht, muss ich, also finde ich die Rolle von Neve Schreiber irgendwie am geilsten. Ich finde es einfach nur, ich könnte diesem Mann einfach stundenlang zugucken, wie er regungslos am Strand an seinem Boot steht und einen quatzt. Irgendwie, das ist cool, weiß nicht, ich bin da einfach gestreckt, ich mochte das. Ja, also das ist ja nicht nur die Zigarette, die er raucht, er raucht ja glaube ich auch immer wieder mal einen Joint. Ja, das ist diese Entspanntheit, die man in einem Mordfall einfach braucht, Theresia. Ja, und wir dann auch seinem Sohn, also der eine Sohn, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der ältere Sohn, der halt verheiratet ist, dessen Frau, gespielt von Dakota Fanning, ist dem Geld und dem Luxus auch nicht abgeneigt. Und irgendwie hat der reiche Kerl dann Geldprobleme und fragt seinen Vater um Geld. Und wie das ausgeht, fand ich auch sehr lustig. Ja, also sowieso finde ich das in den ersten zwei Folgen, also ich würde die Serie aktuell nicht als Kriminalkomödie beschreiben, dafür ist der Humor dann noch zu dezent. Aber es gibt immer wieder Momente, die mich zumindest amüsiert haben und jeder das Ganze auch so ein bisschen aufgelockert haben. Muss aber dazu auch sagen, ich habe ja schon erwähnt, eine Folge geht so im Schnitt roundabout immer so 60 Minuten und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass sich da noch keine Längen eingeschichten haben in den ersten beiden Folgen. Gerade am Anfang, wenn es halt da so geht, so alles so vorzustellen und alles so zu positionieren, dass der Kriminalfall anfangen kann, das braucht schon eine gewisse Zeit. Und da gab es ein paar Momente, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, die Serie könnte mich jetzt hier verlieren, hat sie nicht, aber es ist alles ein bisschen noch unelegant, sage ich mir. Also ich weiß auch nicht, was jetzt die nächste Folge noch passiert, also die zweite Folge hat jetzt eigentlich mit einem schönen Cliffhanger geendet und man redet natürlich irgendwie, seit man erfahren hat, wer das Opfer ist, redet man natürlich mit, wer es denn gewesen sein könnte. Also es gibt halt so viele Hinweise oder am Anfang war dann noch das Mädchen, das da irgendwie dann so ein blutbeschmiertes Hemd da irgendwie hatte und du noch gar nicht weißt, wie die Story mit dazu passt. Also da gibt es schon noch viele Geheimnisse, wahrscheinlich die nicht unbedingt immer alles, was dann auch mit dem Mordfall zu tun haben, aber ich bin gespannt, was mich noch erwartet. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, die heißt White Lotus, ist das schon mal ein Begriff gewesen? Also ich kenne die Serie vom Titel her, aber ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie auch nochmal angefangen, als ich noch Sky hatte, da ist sie ja zu sehen. Das ist ja eine HBO-Produktion, die wirklich mit Preisen und Kritikerlob und auch wirklich Zuschauerlob überhäuft worden ist. Und soweit ich es gesehen habe, war die auch wirklich stark und ich finde, man merkt schon sehr deutlich, dass Netflix vielleicht jetzt hier ein neuer Sommer produziert hat, weil das schon so ein bisschen auch in die Richtung von White Lotus geht. Damit will ich eigentlich nur sagen, wenn ihr da draußen White Lotus kennt, glaube ich, ist ein neuer Sommer definitiv einen Blick für euch wert. Und damit, liebe Theresia, wenn du nichts mehr hast, können wir gerne zum Fazit unseres Erstandrucks kommen. Ansonsten hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, noch alles anzusprechen, was dir auf der Seele liegt. Oh Gott, so viel Zeit haben wir nicht. Ne, ich wollte bloß sagen, was mich noch irgendwie amüsiert hat, weil ich nicht wusste, wie ich das einschätzen soll, war dann das Intro, wenn die dann alle immer so am Strand so eine Art Choreo tanzen. Das ist weird, das stimmt, ja. Das schaut sehr strange aus, ja. Aber wie gesagt, ich dachte mir halt nur, okay, vielleicht passiert da mir doch irgendwas. Vielleicht haben wir nach sechs Folgen die Bedeutung davon gerafft. Aber es ist auf jeden Fall ein Intro, was mal was anderes ist, so wird ihr sicher. Ja, also es hat mich überrascht. Ich dachte jetzt, okay, wo kommt das jetzt her? Aber ja, also wie gesagt, wir können jetzt gerne zum Fazit übergehen, wenn du magst. So viel nach zwei Folgen habe ich jetzt auch nicht zu berichten. Außer eben, dass ich Lust habe, die Serie eben weiterzuschauen. Ich werde die, wenn die jetzt, glaube ich, am 5. September ist es, eben rauskommt, definitiv weiterschauen. Ich habe so meine Theorien entwickelt, wer der Mörder sein könnte. Aber ja, ich lasse mich überraschen, was die nächsten Folgen noch passiert. Ja, also für mich ist das auch, also der erste Eindruck fällt relativ positiv aus. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, ja, die sind nicht ganz rund für meinen Geschmack. Aber letztlich habe ich diese zwei Folgen relativ schnell weggeguckt. Und hätte, wenn ich die Zeit gehabt hätte, auch gerne noch weitergeschaut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Serie ist, die sich durchaus lohnt zu bingen. Also wenn ihr dann irgendwie sechs Stunden Zeit habt, dann go for it. Alles in allem bietet die Serie, glaube ich, genau das, was sie verspricht. Nämlich hübsche Menschen, die sich gegenseitig an die Kehle gehen, aber natürlich vorne lachen und dann eben hinten das Messer wetzen. Wie gesagt, White Lotus von Netflix. Sage ich jetzt einfach mal so, obwohl ich White Lotus nie gesehen habe. Aber mit solchen, ja, Phrasen lassen sich einfach Podcasts verkaufen. Deswegen, ja, das ist der White Lotus von Netflix. Ich habe es gesagt. Ach, jetzt ist raus. Gut, dann danke ich euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de und wir haben seit neulich etwas längerem einen Community-Server bei Discord, tele-stammtisch.discord. Da könnt ihr mit uns reden, könnt ihr uns Feedback geben, Ideen da lassen. Einfach, ja, über alles reden, worauf ihr Bock habt. Bevorzugt natürlich Filme, Comics und Serien. Da trifft ihr auch Didi Resia und mich natürlich auch. Und es würde uns freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Ist natürlich gratis. Gratis ist auch diese Abmoderation, die ich hiermit beende. Ich sage nochmal vielen Dank. Ich sage Tschüss und Theresia, dir gebührt das letzte Woche. Danke euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an der Serie und wir hören uns bestimmt wieder. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Aplausos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020